So, genug ausgeruht. Weiter geht's. Momo wartet auf seinem Boot auf dich. Du kannst dich ihm anschliessen. Aber hast du hier den Ass erledigt, was du wolltest? Denn ich werde die Tür hinter dir schliessen. Ich will nicht, dass Zugs hier reinkommen. Nee, haben wir eben noch nichts. Das ist jetzt doof. Wir brauchen noch eine weitere Getränkedose. Ein Energy-Drink. Bloß, wo kann ich das Ding finden? Hier hinten war ja auch nichts mehr. Ich glaube, gesprochen haben wir mit allen Leuten hier. Ich glaube, es ist ein Ding. Hier war ja auch nix, finde ich ja nix auch nirgends, wo irgendetwas ist, weil eigentlich ich möchte das schon gerne mitnehmen. Allerdings werde ich mich hier wohl zu Tode suchen. Ja, super, sowas. Aber leider nach drei Stück, nicht nach zwei. Hier. Da war der da drauf, guckt's mir. Wegen der Spielshow. Interessant. Teleshopping. Das sieht mir nach einer Romanze aus. Telecuts. Nachrichten. Okay. Hab ich da was übersehen? Ich glaube eigentlich nicht. Den Tresor haben wir geöffnet. Hier hinten waren wir auch schon. Kühlschrank ist nix. Was ich vorhin sagen wollte, vielleicht mache ich kurz ne Pause. Schau mir an, wo ich die letzte Dose finden kann. Ich müsste uns hier wirklich zu Tode suchen. Von daher mache ich das mal so und bis gleich. Wow. Okay. Ich glaube ich habe den letzten Automaten gefunden. Der ist wirklich ziemlich mies versteckt. Junge. Hätte ich ja nie was gefunden. Holy shit. Mies. Aber dann haben wir das auch endlich. Dann können wir wieder zum Händler gehen. Kaufen. Und das letzte Ding kaufen. Was auch immer es ist. Sieht mir ein bisschen wie ein Bild aus irgendwie. Aber mal schauen. Hallo. Ein uraltes Relikt. Ein Säugnis für das Talent unserer Vorfahrt. Es kostet dich drei Energydrinks. Was? Weniger ist nicht drin. Ein Bild. Dies ist ein frühes Gefährtenmodell. Damals hatten sie noch keine Persönlichkeit. Sie waren einfach nur glorifizierte autonome Reinigungskräfte. Ich finde es toll, dass sie schliesslich die Menschen nachgeamt haben. Es ist, als hätten sie sie vermisst. Und irgendwie haben sie sie so vor dem Ausstirken bewahrt. Sie sind gute Roboter. Nice. Jetzt haben wir auch das, was hier gefehlt hat. Finde ich gut. Alright. Ich glaube dann haben wir hier wirklich alles erledigt, was es gab. Und dann ab zu Momo in die Kanalisation. Danke sehr Benzo. Ich werde dich vermissen. Ich werde dich vermissen. Und was gibt es dir? Das Tor hinter uns. Und dann ab zuerst er. Das Tor hinter uns. Das Tor hinter uns. Momo? Ein Schiff? Das Tor hinter uns. Das Tor hinter uns. Momo? Ich komme gleich zu dir. Festplatten. Hier gibt es gar nichts. Wahrscheinlich nicht. Hier gibt es gar nichts. Ich kann nicht glauben, dass du Dock gefunden und den Flugsaal bekommen hast. Damit können wir jetzt bald das erfinden. Los geht's. Die Kanalisation. Dieser Ort ist unheimlich. Los geht's gut. Los geht's gut! Los geht's. Los geht's launch. Los geht's schon Dept. Es gibt keine Möglichkeit, das Tor zu öffnen. Den kannst du mal auf der anderen Seite hinlassen, aber klar, doch. Sorg eier. Ich schätze mal, da müssen wir rein. Ich schätze mal, da müssen wir rein. Was hätten wir? Weiter geht's. Ich war noch nie so weit weg von dem Slanz. Weil du hier bist, habe ich nicht einmal Angst. Ist doch schön zu hören. Sieht irgendwie auch majestätisch aus. Wie wir hier durch die Kanalysextranche. Der Schicht geht es da nach rechts. Der Schicht geht es da nach rechts. Der Schicht geht es da nach rechts. Das war's. All diese alten Vorrichtungen sind jetzt kaputt. Ich glaube, wir können sie nur noch per Hand öffnen. Komm schon! Schnell, spring unter die Tür. Sie wird nicht lange halten. Wieso? Wieso soll ich jetzt einfach da reingehen? Ich kann nicht mit dir mitgehen, aber ich höre nicht auf, ihn nach einem Weg zu suchen. Wenn du Sparthasar und Clementine findest, sag ihnen, dass ich mutig war. Ich bin wohl mutiger als du. Ich bin wohl mutiger.